Sonnenaufgang am Wandlitzsee. Nur rund 30 Kilometer nördlich Berlins kann man die Stille hören, wenn man früh aufsteht. Und dann lässt man sich ein auf die Geschichte und die Geschichten von Menschen, die rund um den Wandlitzsee leben, warum die einen aus Berlin herzogen und die anderen nie woanders leben wollten. Die Ruhe, die Natur und dieses Erdige, das Angekommene, das ist echt was ganz, ganz Schönes. Ich kaufe nie einen Fisch, ich esse nur meinen Fisch aus dem See und der Fisch, der schmeckt ganz sauber, ganz rein, weil das Wasser klar ist. Der Wandlitzsee ist mein Hawaii. Hawaii ist natürlich für alle Windsurfer das Paradies, aber ich habe hier total meinen Spaß. Karsten Fehmer gilt am Wandlitzsee als graue Eminenz der Surfkunst. Wenn der Wind über den See pfeift, scheint auch Fliegen möglich. Mit dem Windfäulen. Kufen raus und mit 40 Stundenkilometer über den See jagen. Man braucht eine gewisse Geschwindigkeit. Und wenn man dann sein Gewicht verlagert, kommt das Bord raus. Und heute, der Wandlitzsee ist wieder so ruppig. Wir haben so West, Südwest. Das heißt, er kommt da hinten übers Land, hat keine richtige Anlauffläche und da draußen sind eben zwischen zwei und fünf Windstärken. Und das macht das Fliegen dann nicht einfacher. Fliegen ist die hohe Kunst des Surfens. Auch seine Kollegin Christine oder seine Lebensgefährtin Silke, die hier Kurse geben, scheinen auf den Brettern angewachsen. So zu surfen, lernt man nicht nebenbei. Seit 40 Jahren steht Karsten Fehmer auf den Brettern, die ihm die Welt bedeuten. Ich habe mit meinem Bruder zusammen Anfang der 80er Jahre hier angefangen. Damals haben wir zwei Brettsegler, wie es ja in der DDR so hieß, auf dem Wandlitzsee gesehen und fanden, dass das eigentlich so unser Ding sein könnte. Und parallel dazu haben wir die Bilder von Robby Nesch gesehen und dann war klar, dass das da so unser Weg ist. Robby Nesch, der Star des Windsurfens. Der Trendsport aus den USA als Nische für renitente Hobbysportler, die den Klassenfeind bewunderten. Für den ersten Fehmer wurde Brettsegeln schon damals zum Lebensmittelpunkt. Doch erst nach dem Mauerfall machte der Elektronikfacharbeiter sein Hobby zum Beruf. 1991 gründete er hier sein Surfcenter, flog oft in die Karibik, auch nach Hawaii. Und heute? Ich bin hier groß geworden am Wandlitzsee, habe hier Windsurfen gelernt und das wird ewig so eine Verbindung bleiben. Das Geschäft brummt. Die Saison läuft, wenn das Wetter mitspielt, traumhaft. Abheben wird er dennoch nicht. Man darf auch beim Surfen die Bodenhaftung nicht verlieren, sagt Fehmer. Und außerdem, die Welt auf dem Wasser ist eine andere. Am Windsurfen ist einfach faszinierend, wenn du draußen auf dem See bist, dann sind alle Sorgen um dich herum vergessen. Du bist mit dem Wind allein, du gleitest über das Wasser und das ist immer wieder ein Stück Freiheit. Der Wandlitzsee, der eigentlich Wandlitzer See heißt und den niemand so nennt, ist das Herzstück der Großgemeinde Wandlitz. Der einst beschauliche Ort wird seit Beginn des 20. Jahrhunderts von den Berlinern als Ausflugsziel erobert. Im Halbstundentakt fährt die Heidekrautbahn im Sommer in den noch immer rechtstattlichen Bahnhof ein. Im klassischen Bauhausstil errichtet ahnt man noch heute den Schick der 20er Jahre. Mit großzügigen Gartenanlagen, Bahnhofstheater und Buchladen. Der Buchladen gehört Melanie Brauchler. Vor drei Jahren baute sich die ehemalige Kfz-Ingenieurin und TÜV-Gutachterin diesen Laden auf. Nach Burnout, Depression und Sinnkrise. Eine Freundin hatte sie, nach einem gesprächsreichen Wochenende unter Frauen, gefragt. Wenn du an nichts denken müsstest, an keine Finanzen oder irgendwas, was würdest du gerne machen wollen? Und dann kam wirklich so, wie aus der Pistole geschossen, ich möchte eine Kinderbuchhandlung eröffnen. Es brauchte noch zwei Jahre Bedenkzeit und so einige Praktika, bis sie sagte, ja, das mache ich. Und ich mache es so, wie ich es will. Heute hat sie einen Buchladen mit sehr großen Kinderbuchregalen. Und jeden Samstag gibt es eine Lesung, nur für Kinder. Jeden Samstag um elf, seit dem ersten Tag, also seit der Eröffnung. Und ich weiß nie, wie viele kommen. Manchmal ist fünf vor elf noch keiner da und oben elf sind hier plötzlich 20 Kinder. Das ist schon so fester Bestandteil auch im Ablauf bei den Familien zu Hause. Und es gab schon Eltern, die mir gesagt haben, wir konnten jetzt leider noch nicht zur Oma fahren, weil die Kinder darauf bestanden haben, dass wir erst die Kinderlesung machen und dann zur Oma. Ich sage, ja, ist ja richtig so. Ihr Laden ist schon längst mehr als ein Treffpunkt für Büchernarren. Die Sehnsucht danach war groß. Seit Jahren gab es keinen mehr, passte nicht in den Zeitgeist. Und dann kamen zur Eröffnung vor drei Jahren über 1000 Besucher. Ja, das ist so was, was ich irgendwie auch immer noch nicht so ganz bis heute verarbeitet habe, was hier passiert ist. Das war keine normale Eröffnung, das war plötzlich wie ein Volksfest. Es war unglaublich, wie viele Leute durch diesen Laden gegangen sind. Es war das totale Chaos an dem Tag. Die Kasse hat natürlich überhaupt nicht gestimmt. Die Leute, die mir geholfen haben, hatten auch keine Ahnung davon. Ich hatte noch keine Ahnung davon. Aber die Bücher sind rausgewandert. Es war Geld drin. Wir haben monatelang gebraucht, das alles wieder aufzuarbeiten. Aber es war einfach schön. Und auch im Grunde war es auch schon vor der Eröffnung schön. Schon bevor sie den Laden eröffnete, als sie noch malerte, werkelte, umbaute, kamen die Wandlitzer und fragten, was das hier wird und ob sie helfen könnten. Wildfremde Leute wie Annette Busch. Dieser Laden hat alles, was die Welt manchmal nicht braucht, aber was ganz wichtig ist für uns, um einfach zu überleben. Hier kannst du herkommen, hier kannst du runterkommen. Hier ist es immer schön. Hier gehst du raus, auf der ist fast verzweifelt, dann gehst du hier raus und dann bist du irgendwie happy. So geht mir das. Das ist für meine Seele gut. Balsam für die Seele sind auch die monatlichen Lesungen oder das Literaturfest im August. Das organisiert Melanie Brauchler allein jedes Jahr. Einen ganz ordinären Wochenmarkt mit regionalen Anbietern, organisiert von der Gemeinde, gibt es nicht in Wandlitz. Und das sind nur einige ihrer verwirklichten Träume. Ich möchte die verrücktesten Leute hierher holen und ich möchte, also eigentlich ist so mein Ziel, wenn ich einen Autor anrufe und sage, hätten Sie Lust, in die Buchhandlung Wandlitz zu kommen, dass er schon weiß, wer ich bin. Es wird wohl noch etwas dauern, bis sich auch dieser Wunsch erfüllt. Jetzt, nach dem Literaturfest, geht wieder mal ein Zwölfstundentag zu Ende. Und wieder mal sind sie und ihre Helfer nur an Erfahrung reicher geworden. Aber der Ausblick abends ist umwerfend, wenn sich die Sonne spiegelt in ihrem Schaufenster und im Wandlitzsee. Der liegt gleich gegenüber, nur 500 Meter entfernt. Die Idylle pur, doch sie trügt. Der Wandlitzsee mit 215 Hektar, der größte See der Umgebung, sorgte vor Jahren für heftigen Streit. Der Grund hieß Werner Becker. Der Düsseldorfer Anwalt kaufte 2003 für 400.000 Euro den See von der Treuhandnachfolgerin und brachte tausende Einwohner gegen sich auf. Beckers Erklärungsversuch in einem Interview. Bei einigen gelte ich wohl hier als der größte Arsch nördlich des Äquators. Da kommt so ein Wessi und kauft Honeckers alten See und macht da jetzt was draus. Das geht ja nun gar nicht. Honecker gehörte der See natürlich nie. Für Werner Becker ist er aber nichts anderes als ein Acker. Den kauft man und macht ihn zu Geld. Ganz marktkonform. Die Anleger hatten für ihren Zugang zum Wasser zu zahlen und auch die Gemeinde musste tief in die Kasse greifen für Strandbad, Turm und Steg. Gleich neben dem Bandlitzsee, nur durch eine Landzunge getrennt, liegt der stolzen Hagener See. Kleiner, feiner und auch sehr begehrt. Die Leute aber so zur Kasse zu bitten, sowas geht gar nicht, sagt Anita Otto. Obwohl ihr die vielen Uferstege auch nicht gefallen. Sehen Sie, Steg an Steg hier, ja. An 200 Stege. Und immer wird die Uferzone beeinträchtigt, ist doch ganz klar. Die über 80-Jährige ist auch Seebesitzerin. Ihr gehört der Stolzenhagener See. Sie hat ihn geerbt, von ihrem Mann. Der war Fischer. Mit 70 habe ich den Fischereischein gemacht. Nach dem Tod meines Mannes, da musste ich ja mitreden können, sonst geht es doch nicht. Ich kann doch jemanden was befehlen von dem, wie ich keine Ahnung habe. Geht nicht. Anita Otto kann schwer auf Arbeit verzichten. Netze stellen am Abend und im Morgengrauen wieder rausziehen, auch jetzt noch mit über 80? Macht mir nichts, gar nichts. Ich stamm aus einer großen Landwirtschaft. Ich bin arbeiten gewöhnt, ja, von Kindesbeinen an, hier ein Stückchen weiter. Also, wenn mein Mann als Fischer hier die Netze gestellt hat, dann habe ich da oben auf dem Baum gesessen. Das ist da mein Elternhaus. Und da haben wir uns dann getroffen. So war das. Sie sind ihm ins Netz hingegangen. Sozusagen. Könnte man so sagen, ja. Anita Otto nimmt das Leben, wie es kommt, auch wenn nichts wirklich leicht war. Neben der Fischerei gab es den Hof, den Garten, das Viehzeug und die LPG. Sie war in der Buchhaltung. Naja, und die Kinder, ihre beiden Jungs. Sie fehlen ihr jeden Tag. Der eine ertrank mit zwei Jahren im See, der andere rammte mit seinem Trabi einen Zug. Kurz nach dem Mauerfall. Jeden Morgen schwimmt sie im See, auch im Winter. Das muss sein. Und Fische fangen, das muss auch sein. Ich kaufe nie einen Fisch. Ich esse nur meinen Fisch aus dem See oder kriege mal einen geschenkt, wenn sie mal an der Küste waren oder in Norwegen oder sonst was. Das ist der Fang von heute Morgen. Wir haben ja nicht viele Netze gestellt, wir haben ja nur ein paar gestellt. Das sind Schleie und eine Pliete. Es ist kein schöner Fisch. Sehr gretig. Aber man kann ihn braten, dann schmeckt er auch. Und aus dem stolzen Harner See, der Fisch, der schmeckt ganz sauber, ganz rein, weil das Wasser klar ist. Damit das so bleibt, muss sie sich kümmern um den 45 Hektar großen See und die 200 Anlieger. Seit Jahren sinkt der Wasserstand. Der See ist immer noch meiner. Und ich bin hier zu Hause und ich fühle mich verantwortlich. Ja. Aber ich bin auch froh, dass ich zwei so aktive Leute an meiner Seite habe. Ich brauche keine Briefe mehr, alleine schreiben auf dem Laptop. Ja, das macht Frau Hahn. Und Herr Kajewski steht mir in allen Lebenslagen bei. Ortsvorsteher Jürgen Kajewski und Marlies Hahn aus Stolzenhagen halfen Anita Otto, eine Seestiftung zu gründen. Die einzige in Deutschland. Sie wollen sicherstellen, dass der See auch noch in Jahrzehnten eine Oase, ein Naturschutz-Idyll ist. Deshalb wird der See von ihnen regelmäßig umfahren und kontrolliert. Sind die Uferzonen noch intakt? Und hier müssen wir unsere Benjeshecke wieder auffüllen. Ausbessern, sag ich mal so. Ja. So eine Seestiftung gründet man nicht über Nacht. Anita Otto brauchte Jahre für diese Entscheidung, bis Jürgen Kajewski sie ermutigte. Wir haben lange drüber nachgedacht, weil so eine Stiftung hat ja auch nicht bloß schöne Seiten, sondern wir haben ja auch Rechte und Pflichten. Wir haben 200 Anwohner hier am See, wir haben zwei Badestrände, die gewerblich betrieben werden. Und es ist auch vorgesehen, die weiter zu verdichten, baulich zu verdichten. Und weil ich da gerade drüben ein Boot sehe, also wir haben den Einwohnern gesagt, also eigentlich sitzen wir doch gemeinsam in einem Boot. Wir müssen bloß auch in die richtige Richtung rudern. Das heißt also für uns richtige Richtung, Erhalt und Schutz des Stolzenhagener Sees mit seiner Fauna und Flora, ja, und besonders seiner Uferzone, weil das für das Ökosystem sehr wichtig ist. Und das ist auch unser Zweck der Stiftung. Noch geht es dem See gut. Doch der Stolzenhagener See hat keinen Zu- und keinen Abfluss. Er verliert jedes Jahr an Wasser. Schuld daran ist vor allem der Klimawandel. Dazu kommen noch bis zu 1000 Badegäste pro Tag an den Stränden. Und 200 Anlieger am See, die nicht alle glücklich sind über das Engagement der couragierten Seniorin. Anita Otto will, dass sich manches ändert, damit es auch in Zukunft so idyllisch bleibt. Gestaltet von der letzten Eiszeit schiebt sich rund um Wandlitz ein See neben den anderen. Südlich von Stolzenhagen liegt der Rahmersee. Mit dem Fahrrad nur wenige Kilometer entfernt führen die Wege am Südostufer des Sees zur einstigen Künstlerkolonie. Verwunschen im Wald. Damals bekannte Berliner Schauspieler wie Rudolf Platte oder Eugen Klöpfer bauten sich hier in den 1920er Jahren ihre Sommerhäuschen, unweit des Strandbades. Nur wenige sind noch erhalten und stehen meist leer. Am Rahmersee ist an einem lauen Sommerabend auch ein ganz besonderes Schauspiel zu erleben. Schwäne, die magisch über den See ziehen, unwirklich schön. Es sind Geschöpfe von Menschenhand, digital gesteuert, verzaubern sie die Nacht. Begleitet von jungen Musikern. Inspiriert von Shakespeare's Die sieben Lebensalter des Mannes ist der Tanz der Schwäne eine Hommage an den Kreis des Lebens. Zwischen Geburt, Liebe und Tod. Das Leben dagegen tobt, wie so oft am Strandbad des Wandlitzsees. Doch heute will hier niemand baden. Wie jedes Jahr findet im September der Jedermann-Lauf statt. Unter den Teilnehmern Anita Otto mit ihrem Seniorentrupp. Auch Melanie Brauchler startet mit 20 Kunden. Sie nehmen am Firmenlauf teil. Denn für sie gehören ihre Kunden auch zu ihrer Firma, zu ihrem Team, den bewegten Lesern. Weil wir ja nicht nur lesen, sondern weil wir ja noch mehr machen. Wir bewegen uns, wir wollen uns fit halten und das wollen wir auch beweisen. Und deswegen sind wir schon letztes Jahr hier gestartet und wir waren die größte Truppe und wir haben gewonnen. Ob das diesmal wieder klappt? Melanie Brauchler ist da unsicher. Die Anspannung steigt bei den 320 Teilnehmern. Fünf Kilometer sind nur für Profis ein Spaziergang. Am Ende ist alles Paletti. Das teambewegte Leser belegt Rang 4 in der Mannschaftswertung. Na bitte, wer will da nörgeln? Während die Kunden von Melanie Brauchler noch ihren Ruhepuls suchen, erklingen die Glocken der alten Dorfkirche. Sie läuten zum Konzert. Zwölf Herren der Wandlitzer Kantorei singen beschwingt einen sehr alten Schlager. Wenn ich am Wandlitz seh'n, dein schönen Wandlitz seh'n und deine Augen seh'n, ich füh'n, ich füh'n, ich füh'n, ich füh'n, ich füh'n, ich füh'n. Diesen Gassenhauer von 1932 ließ sich die Gemeinde als Werbesong fürs Strandbad schreiben. Vom jüdischen Komponisten Karl Alfredi. Der starb 1945 im KZ Theresienstadt. Nur 5 Gehminuten von der Kirche entfernt liegt das Barnim-Panorama, ein Landschafts- und Agrarmuseum. Mit originellen Ausstellungen wie zu Traktoren der Marke Eigenbau aus DDR-Zeiten. Was sich da ins Bild schiebt, ist ein Kleinstraktor. Jürgen Lehmann setzt sein Ausstellungsstück für die Kamera ins rechte Licht. In diesem Jahr schenkte er seine beiden Landmaschinchen dem Museum und wischt jetzt ein bisschen Staub von einer seiner Legenden. Wie alt ist denn das gute Stück? Na, die hier, die ist älter als ich. Also Baujahr 1932. Das ist ja Wahnsinn. Was ist denn eigentlich? Na, das ist eine Bungatz-Bodenfräse gewesen. Also im Prinzip das gleiche wie jetzt, bloß mit einem anderen Motor. Für den alten Bungatz bekamen sein Vater und er nach dem Krieg keine Ersatzteile in der DDR. Bungatz wurde zur Westfirma und im Osten mussten sie nehmen, was sie kriegen konnten. Also haben Vater und Sohn, die beiden Gärtner, improvisiert. Der Grubber, das sind Teile praktisch von größeren Landmaschinen gewesen. Da sind dieselben Grubber dran gewesen. Und dafür haben wir diesen Rahmen zusammengeschweißt und dann das eben mit diesen Dingern gemacht. Das ist alles DDR-Produktion. Die Reifen hier sind trabant. Und die Kupplung ist auch trabant. Diese Kleintraktoren würden heute noch funktionieren, wenn sie nicht im Museum stünden. Hier sieht man alle Facetten der früheren Landarbeit. Ihre Schönheit und ihre Härte. Jürgen Lehmann kennt Arbeit nicht anders. Aus seinem guten alten Trabi holt er erstmal die Batterie. Die braucht er für seinen neuen tschechischen Kleintraktor. Baujahr 1964. Gekauft hatte er den kurz nach dem Mauerfall. Für ein schickes Teil aus dem Westen reichte das Geld nicht. Und so improvisiert er noch heute. Mit dieser Tugend hat die Gartenbaufirma, die gibt es seit 1908, schon alle Kriege und auch die DDR überstanden. Also Sie sind schon so ein Bastler, da? Ja, muss man ja. Als Gärtner müssen Sie immer eine Kneifzahne, ein Stück Draht und ein Messer. Das sind drei Sachen, die Sie immer in der Tasche haben müssen. Da ist ja alles, wenn ein Schlauch platzt, müssen Sie den ja irgendwie reparieren. Den können Sie ja nie wegschmeißen. Sie müssen mal so in der jüngeren Generation rumfragen, die sagen, was, so lange nicht gebraucht, kommt auf den Schrott. Das war zu unserer Zeit anders. Da wurde jede brauchbare Schraube aufgehoben. Man wusste ja nie, ob man eine neue bekommt, wenn man sie braucht. Jürgen Lehmann ist ein Nachkriegskind, geprägt von der DDR-Mangelwirtschaft. Er und seine Frau haben zehn Gewächshäuser betrieben, Weihnachtsbäume gepflanzt und das Alte gepflegt, bis es zerfiel. Sie haben nie woanders gelebt. Warum auch? Die Felder hinterm Haus kann man ja nicht mitnehmen. Nur schade, dass die Tochter, die in München lebt, nie zurückkommen wird. Schon seit 1901 bringt die Heidekrautbahn die Berliner ins schmucke Umland. Über Schönerlinde und Schönwalde geht's nach Basdorf. Und schon ist man mittendrin, in Wandlitz. Neun Dörfer gehören zur Großgemeinde mit 21.000 Einwohnern. Und es werden jedes Jahr mehr. Und Dörfer wie Basdorf erleben einen ungeahnten Aufschwung, auch kulturell. Seit 2004 findet hier jedes Jahr ein deutsch-französisches Chansonfestival statt. Organisiert unter anderem von Marion Schuster, treffen hier französische, deutsche, israelische und auch arabische Künstler aufeinander. Wie war Le Tabasch? Der kam 2015 zu dem Verein. Er lebte gegenüber im Flüchtlingsheim, sang gern und wollte Gitarre spielen lernen. Wir vom Verein haben gesagt, gut, wir finanzieren das. Und so war Walid erst mal mit dem Gitarrenunterricht dann beschäftigt. Und da haben wir gesagt, wir hätten dich unheimlich gerne beim Festival dabei. Er singt fantastisch. Und es hat uns so viel Freude gemacht, dass er dazukommen wird. Ich habe natürlich mich riesig gefreut, wenn ich den Verein kennengelernt habe und auch ein Teil davon geworden. Weil dann musste ich nicht immer alleine sein, sondern hatte ich auch Freunden. Ich habe viele kennengelernt. Walid Habasch, der aus Aleppo in Syrien stammt, ist schon längst in Deutschland angekommen. Er lebt heute in Berlin und macht eine Ausbildung zum Mediengestalter. Das Lied, das Walid Habasch auf Arabisch singt, ist ein frühes Chanson von Georges Prassens. Das Festival ist ihm gewidmet. Jean Prassens war in Frankreich ein umjubelter Bühnenstar, der keiner sein wollte. Ein Chansonnier, der wortgewaltig die Spießbürger attackierte und immer wieder die Freundschaft besang. Seine ersten Lieder komponierte Georges Prassens in Basdorf, im Zwangsarbeitslager, von dem noch einige Baracken stehen. Im März 1943 wurde Prassens aus Paris hierher deportiert. Die Freunde von damals behielt er ein Leben lang. Schnell erkannten seine Zimmergenossen, was für ein Dichter in diesem 22-Jährigen steckte und befreiten ihn von niederen Stubenarbeiten. Er musste nur das Frühstück holen. Prassens war ein Frühaufsteher. Und dann hat man sich irgendwann geeinigt, da Prassens sagte, gut, ich würde das machen, aber ich mache keine anderen Arbeiten. Ich mache die Reinigungsarbeit in dem Zimmer nicht, müsst ihr dann machen. Ich stehe jeden Morgen früh auf, erst um vier, fünf hat er sich hingesetzt und hat geschrieben, Lieder geschrieben. Schön. Mit 16 Leuten auf einem Zimmer, auch zu Weihnachten 1943. Als die Bombenangriffe näher rückten, überzeugten ihn die Freunde nicht wiederzukommen von einem Heimaturlaub im März 1944. Prassens tauchte unter, versteckte sich, bis zur Befreiung von Paris. Von Wäldern umgeben stand nahe Basdorf während des Nationalsozialismus ein riesiges Rüstungswerk, die Bramo, ein Flugzeugmotorenwerk. 6000 Zwangsarbeiter schufteten hier. Unter ihnen auch Georges Prassens. Wir laufen jetzt hier quasi direkt auf der früheren Versuchsstrecke. Hier waren Gleise. Also die ganze Strecke hier, da sieht man hier und es gibt dann auch irgendwo eine Abschweigung, das sind alles leise. Für diese Düsenmotoren, die hat man hier ausprobiert. Und das Ganze war auch wirklich im Wald wie heute. Und ich denke, dass die Bäume noch ein bisschen dichter waren. Und das hat natürlich das Ganze, was am Boden sich abspielte, verdeckt. Das heißt, aus der Luft konnte man es eigentlich nicht sehen. Die schweren Bombenangriffe der Alliierten im März 1944 trafen das Werk kaum. Versteckt im Wald wurden bis Kriegsende Flugzeugmotoren produziert und kleine Raketenantriebe und Düsentriebwerke entwickelt. Und da vorne sieht man sogar Mauerreste von Gebäuden. Nach dem Krieg wurde das Motorenwerk demontiert und in der Sowjetunion wieder aufgebaut. Später nutzte die Bereitschaftspolizei der DDR das Gelände. Wenig erinnert heute an die Vergangenheit. Ja, es ist schon komisch, wenn man hierher kommt und so an die Geschichte denkt. Im Moment ist es so ein schöner, friedlicher Wald. Aber okay, alles hat so seine Geschichte und auch leider eben dieser Ort hier. Müssen muss man nicht ins Heidekrautbahnmuseum. Aber man sollte. Vor 20 Jahren zogen die Eisenbahnfreunde aus Berlin-Reinickendorf nach Barsdorf. Jedes Wochenende reparieren, schrauben, warten sie ihre Elektro- und Dieselloks samt Wagen. Allesamt verkappte Hobby-Lokführer, denen die Modelleisenbahn zu klein wurde. Auch Kurt Tatzl, der Vereinsvorsitzende, wollte natürlich mal Eisenbahner werden. Als ich dann vor der Berufswahl stand, als Westberliner aus Reinickendorf, wäre eben die alternative Bundesbahn, aber vorher Bundeswehr gewesen. Und da dachte ich, das wäre nicht so die richtige Kombination für mich. Und zur Reichsbahn der DDR in Westberlin wollte ich aber auch nicht. Und da war der Verein in Reinickendorf natürlich der passende Kompromiss. Das heißt, am Wochenende eine Eisenbahn fahren und Montag bis Freitag dann in der Bank arbeiten. Seit über 30 Jahren ist er dabei und manche Geschichte von unscheinbaren Waggons klingt abenteuerlich. Das ist ein Triebwagen-Beiwagen, den wir 1982 gekauft haben von der Deutschen Bundesbahn. Und der ist dann 1982 von Vereinskameraden auf der Transitstrecke der Bahn durch die DDR überführt worden. Und praktisch als Begleiter waren dann bewaffnete Grenzorgane dabei, um eben zu verhindern, dass jemand einsteigt während der Fahrt. Und so kann man dann nach Westberlin. Das Besondere bei diesen Beiwagen sind, finde ich, die Sitze. Weil je nach Fahrtrichtung kann man praktisch als Fahrgast wählen, in welche Richtung man schauen muss. Man kann also immer in Fahrtrichtung schauen oder auch als Gruppe zusammensitzen. Reisen mit Blickwechsel. Ach, was waren das noch für Zeiten. Das Highlight heute sind die Fahrten von Basdorf nach Wandlitz, gern auch mit einer Elektro-Lok von 1934. Die spannendsten Geschichten stecken ja bekanntlich dort, wo man sie nicht mehr sieht. Nahe des Basdorfer Bahnhofs wurde extra ein Bahnsteig gebaut für den Sonderzug nach Wandlitz, zur Waldsiedlung. Seit 1960 die Enklave der DDR-Mächtigen. Hinter hohen Mauern, bewacht von 640 Stasi-Leuten. Heute ein Sitz der Brandenburg-Klinik. Baden gingen Honecker und Co. gern am nahen Liebnitzsee. Jetzt schaut man sich das Idyll lieber von oben an. Unten ist es im Sommer so trubelig wie in Berlins Mitte. Der Geheimtipp dagegen ist das sogenannte Seechen, gleich nebenan. Ein stilles Fleckchen, schwer zu begehen, weil morastig. Ein Segen für Ente, Eisvogel und Fischotter und für Romantiker. Die Heidekrautbahn bringt die Stadt Flüchtlinge in die entlegensten Winkel und führt am Lotschesee vorbei zum nördlichsten Rand der Gemeinde Wandlitz, nach Zerpenschleuse samt Feriensiedlung. Das kleine Dorf Zerpenschleuse mit 900 Einwohnern verdankt sein Bestehen nur dem Pheno-Kanal. Friedrich II. ließ seine Bauarbeiter dort siedeln. Vor zehn Jahren siedelte sich hier auch Ines Schweighöfer an. Direkt am Pheno-Kanal, dem langen Trödel, gibt's einen Trödelladen, genannt Emma Emily. Freitags bis sonntags ist da Betrieb. Die Kunden haben es sich drinnen schon gemütlich gemacht, umsorgt von Ines Schweighöfer. Und ein Mann kommt hier freiwillig her? Ich muss mit. Aber gerne. Für mich ist es so, hier ist vor 100 Jahren die Zeit stehen geblieben. So ist so dieses Umfeld. Und das macht Spaß, da mal einzutauchen so ein bisschen. Da gibt's immer was zu entdecken. Hier gibt's nicht den üblichen Nippes, nur handgemachten Trödel. Die einstige Tänzerin der komischen Oper, die Puppenbauerin, Fotografin und Kostümbildnerin ist eine späte Ausgabe der Pippi Langstrumpf zwischen Leinen und Tüll. Die baut sich ihre Welt, so wie sie ihr gefällt. Und was hat sie aus Berlin aufs Land getrieben? Das war die Liebe zum Landleben. Das war so ein Traum von mir. Und das hat dann auch ganz toll geklappt. Und wir haben hier dieses wunderschöne Grundstück bekommen in der Straße, das letztes Haus. Das war total ein Glücksfall. Das Dorfleben als Wohlfühloase ist harte Arbeit. Jedes trappierte Detail musste Ines Schweighöfer erst suchen, finden und bewahren. Hinter der inszenierten Kulisse zwischen Ballkleidern und Spitzendäckchen steckt eine tiefe Sehnsucht nach dem verschwundenen Gestern. Erstmal die Liebe zu alten Dingen und zu ursprünglichen Dingen und auch zu einfachen Sachen und alles, was mit Computer zu tun hat und mit der modernen Welt, wollte ich eigentlich wegkommen. Und deswegen habe ich das irgendwie für mich gefunden und umgebe mich damit unheimlich gerne und freue mich auch, wenn ich anderen damit eine Freude bereiten kann. Jedes Kleid ein Unikat. Mit ihrer Freundin Valerie näht sie in stundenlanger Kleinarbeit Leinenkleider und verziert sie zu einem Traum aus dem letzten Jahrhundert. Gerade die alten Materialien, die sind so toll. Leinen und Baumwolle, Batist, Tüllspitzen. Das ist Leidenschaft pur und das ist so schön. Selten wurde Leinen so bewundert und zur Quelle der Inspiration. So ist ein Rohling, den Freundin Valerie hier anprobiert. Er ist der Beginn einer Kreation. Das sind meistens ganz alte Leinentücher, so handgewebte Tücher und daraus nähen wir Kleider, erstmal so Rohlinge und dann verzieren wir die meistens mit irgendwelchen Spitzen oder alten Schürzen oder Leibchen. Ein Babyleibchen nähe ich auch manchmal drauf. Das ist auch wie hier zum Beispiel. Das ist aus einem kleinen Kinderleibchen genäht. Ja. Und aus alten Trachten, Blusen, die werden die Unterteile. Und ja, so ganz... Ach, Strümpfe nähe ich manchmal als Taschen drauf. So selbst gestrickte Strümpfe. Und die kommen dann da so als große Sacktaschen an die Kleider drauf. Und so, sowas. Diese kreativen Frauenzimmer. Ihr Mann, der Schauspieler Michael Schweighöfer, ist immer wieder fasziniert, was die Damen so alles auf die Beine stellen. Seine ganz besonders. Auf den Grundmauern der alten Scheune wollte sie unbedingt eine neue haben, die aber so alt aussieht wie das 200 Jahre alte Wohnhaus nebenan. Die Zeit bekommt hier ein anderes Tempo. Eigentlich ist das Schönste in der Woche, wenn hier gar nichts ist. Weil das ist die totale Ruhe. Und dann diese Weite hinten, dieses Feld und der Wald. Und dann kommen die Füchse und die Rehe und der Wildschweine. Und das ist alles so toll. Die Ruhe, die Natur und dieses Erdige, das Angekommene. Das ist echt was ganz, ganz Schönes. Südlich von Zerpenschleuse, 15 Kilometer entfernt, liegt der Burgensee. Und im nahen Wald die einstige Villa von Propagandaminister Josef Goebbels. Heute steht das Gebäude leer. Doch schon ein Jahr nach Kriegsende zog die Freie Deutsche Jugend ein. Die Nachwuchsorganisation der SED. Die Villa wurde zur Kaderschmiede, zur Jugendhochschule der FDJ. 20.000 Studenten, auch aus linken Jugendorganisationen des Westens und aus sozialistischen Ländern, studierten in den folgenden Jahrzehnten am Burgensee. Ein modern ausgestattetes Areal in dieser Größe, einmalig in der DDR. Auf 150.000 Quadratmetern gab es Schlafräume, ein Lektionsgebäude mit Dolmetscherkabinen für 18 Sprachen, Bibliothek, Kindergarten, Schwimm- und Sporthalle, Klubräume, einen Tanz- und Filmsaal. Im Repräsentationsgebäude wurde 1981 Bundeskanzler Helmut Schmidt empfangen. Und sonst wurde gern gefeiert und sich brav bedankt. Ihr sollt den Kehrrein mitsingen. Achtung! Den Alten und den Jungen Ist unser Tod schwingend! Und jetzt dieser Staat... Und den Jungen Ist dieser Staat erlug! Es ist still geworden auf dem leerstehenden Campus. Jede neue Idee zum Verkauf scheiterte bisher am Veto der Stadt Berlin. Der gehört die denkmalgeschützte Immobilie. Hausmeister Roberto Müller mäht jede Woche den Rasen. Er fühlt sich dann oft wie Don Quijote in Niemandsland. Und es überfällt ihm Wehmut. Der frühere Werkzeugmacher ist schon seit 1984 am Bogensee Hausmeister. Das Rote Kloster war eine Welt für sich. Roberto Müller fühlte sich in ihr Zuhause. Durch die kleinen Täler der Eiszeitseen führt der Weg vom Bogensee nach Lanke. Vorbei an Schloss und Dorfkern ist der Obersee und das Seeschloss nicht zu verfehlen. Das Restaurant und Hotel sind schon seit Generationen in Besitz der Familie Zimmler. Seit 1920. Julius Zimmler, ein Kneipier aus Berlin, kaufte das frühere Waldschloss und führte es in glänzende Zeiten. Max Schmeling schlug hier sein Trainingslager auf und boxte zur Freude der Besucher ohne Eintritt auf der heutigen Terrasse. Auch andere Boxer traten hier auf. Ein Werbekuh. Julius Zimmler wollte in den goldenen Zwanzigern, den Zeiten des Boxbooms, die Berliner ins Seeschloss locken. Auch mit Max Schmeling. Der war schon 1926 deutscher Meister und saß auch in den Jahren danach oft und gern in Zimmlers Küche. Es ist ja nicht so, dass er hier wie ein Gast behandelt wurde, sondern der war ja durch seine ständigen Aufenthalte, das Training, was er letztlich hier draußen gemacht hat, das war ja doch sehr familiär hier draußen. Es ist eben ein Familienunternehmen und wir versuchen unsere Gäste heute noch so zu behandeln. Max Zimmler leitet heute das Seeschloss in vierter Generation. Der ausgebildete Gastronom konnte sich dieser familiären Verpflichtung nicht entziehen. Vor sieben Jahren übernahm er Hotel und Restaurant von seinem Vater und hat alles erneuert, im alten Stil. Und im Tanz- und Hochzeitssaal meint man den scharlsten Schritt noch zu hören. Gastronomie, Gastlichkeit, das ist nur altes Geschäft. Man muss das leben und dazu gehört immer ein Stück weit Nostalgie. Das muss nicht alles altbacken, und wie früher aussehen. Aber wenn man hier und da noch so ein paar geschichtliche Stücke hat, die einem sagen, du, uns gibt es vielleicht schon länger als 20 Jahre, finde ich das sehr schön. Und es ist ein unheimlich schönes Gefühl, wenn Gäste hier reinkommen, die uns schon über Jahrzehnte als Stammgäste hier begleiten und sich immer freuen, wenn sie die alten Möbel sehen und sagen, Mensch, ich fühle mich wie zu Hause. Über 100 Jahre gibt's das Seeschloss. Ist so viel Tradition mehr Last oder Lust? Hat man immer Bock aufs Stehen hinterm Tresen, auf die Wünsche der Gäste, auf Lärm bis Mitternacht? Jeder Gastronom lügt, der jetzt sagt, es würde keine schlechten Tage geben. Aber wenn nicht die Lust überwiegen würde, würde es, glaube ich, keiner machen. Und bei uns ist es genauso. Also, wenn man keine Freude daran hat, dann lässt man es, glaube ich, sein. Ein bisschen Leidenschaft sollte schon da drinnen stecken. Max Zimmler hätte nach vielen anderen Stationen in Australien bleiben können. Mit seiner Frau, Patrizian. Er hat sich entschieden, für Familie und ein Leben mit 60-Stunden-Woche. Sein Erfolgsgeheimnis? Ich glaube, das Rückgrat jedes Unternehmens sind die Mitarbeiter. Und wir versuchen mit unseren Mitarbeitern eben eine Familie zu sein, anstatt der Chef zu sein und die Chefin. Und wie ist das jetzt? So vis-à-vis mit dem Vater? Der hat gleich gegenüber am Obersee seine Fischgaststätte. Also, der Konkurrent sitzt ihn nicht in Macken? Doch. Nee, nee. Nee, der sitzt nicht genau. Also, das hat er super gemacht. Also, ich glaube, wir haben zwei, drei Fischgerichte auf der Karte und er macht ausschließlich Fisch. Ich glaube nicht, dass wir uns da gegenseitig das Wasser abgeraben. Max Zimmler ist Mitte 30. In der Welt ist er ein bisschen rumgekommen. Das reicht, um zu wissen, wo er hingehört. Australien war ein supergroßes Abenteuer, aber es war nicht so, glaube ich, dass wir mit dem Gedanken gespielt haben, da zu bleiben. Und man sagt ja immer so schön, zu Hause ist es eben doch am schönsten. I hear the drizzle of the rain Like a memory it falls Soft and warm, continuing Tapping on my roof and wall Tapping on my roof and wall Tapping on my roof and wall